Morgen! Morgen, Zacki! Servus! Danke, ich weiß! Ein Schnauzer. Ich glaube, da ist Movember. Morgen, Steffi! Morgen, Zacki! Was ist denn da los? Typisch unser Büro. Wird schon ein Sinn ergeben. Da kommen Sie mir viel hin und sogar die Fauna, mein Schnauzer. Das muss ja auch hinter dem Hund haben. Da kann ich noch einen fragen. Schauen wir mal, ob das alles ist. Was ist denn da? Muss ich mir, Buh? Ich muss dir was fragen. Servus! Wie ist denn jetzt schon wieder? Ich gehe auf ins Büro und habe alle einen Schnauzer. Bisschen modern. Das ist nicht modern, nicht besser. Das ist 80er Jahre. Das ist 2025. Hallo liebe Osterfans! Es freut mich, dass sich mein Vertrag verlängert hat. Wir sehen uns im Stadion. Bis bald! Euer Wuschi!